Schönen guten Morgen, es ist Freitag, es steht ein wunderbares sonniges Wochenende vor uns und wir haben es jetzt 9 Uhr und damit Zeit, das Freitagswebinar hier gemeinsam miteinander zu erleben. Es geht um Ideen im Handel, es geht um den Ausblick für die nächste Woche und es geht ein bisschen um Education. Das Ganze präsentiert wie immer von Tickmill. Mein Name ist Mike Seidel, ich bin Händler und leite Sie durch dieses Webinar mit meinen Ideen für den heutigen Handelstag und genauso auch für das Thema Education. Den Ausblick für die nächste Woche habe ich für Sie zusammengestellt und dann schauen wir natürlich auch auf die Indizes, wie hier die Großwetterlage ist, was wir traden können, was wir erwarten können, was die Nachrichten so ein bisschen im Chart auch hinterlassen. Also an dieser Stelle ein herzliches Willkommen an all diejenigen, die live zuschauen, hier im Live-Feed auf Tickmill Deutsch in Facebook und natürlich auch ein Hallo an all diejenigen von Ihnen, die das Ganze als Aufzeichnung auf Facebook oder aber auch im YouTube-Kanal von Tickmill sehen. Wer diese Aufnahmen auch nicht verpassen möchte, einfach in den Education-Part bzw. den Tickmill-Part auf YouTube gehen, also auf YouTube einfach Tickmill suchen, und das Ganze dort abonnieren und entsprechend keine Webinare verpassen. Auf Facebook natürlich einfach die Seite liken und dann werden Sie auch hier immer auf dem Laufenden gehalten. Bevor wir mit dem Webinar-Themen starten, wie immer der Risikohinweise, die Geschäfte beim Handel mit Devisen und CFDs auf Margin sind mit Risiken verbunden. Hier investieren Sie und können das investierte Kapital verlieren. Das bitte ich an dieser Stelle, wie immer auch zur Kenntnis zu nehmen. Schauen wir auf die Themen für unser heutiges Webinar. Das ist etwas länger als die normalen Webinare. Die Webinare von Montag bis Donnerstag, da besprechen wir hier an dieser Stelle immer die aktuellen Handelsideen. Am Freitag gibt es immer noch ein bisschen mehr. Das haben Sie von mir schon gehört. Im Themenausblick sehen wir auch, es geht um die Wochenplanung für die nächste Woche. Das heißt, was kann in der nächsten Woche die Märkte bewegen. Dann schauen wir heute einmal noch auf das Update zum Handelssignal bzw. zu der Handelsidee, die wir diese Woche hatten im Cable. Da hatten wir eine Umkehrkerze im Widerstand nach einer weiten Bewegung. Wir werden heute die großen Indizes analysieren, gerne auch Ihre Wunschmärkte. Also scheuen Sie sich nicht einfach hier auch auf Facebook direkt in den Chat hineinzuschreiben, über welchen Markt Sie gern einmal sprechen möchten. Dann gibt es noch das Thema Know-how. Heute EMA20 Price Action. Hier nutzen wir Rücksetzer nach starken Bewegungen, um in Trends einzusteigen. Ein spannendes Thema, was Sie sehr gut mit dem Metaträter auch umsetzen können. Doch bevor wir dort hineingehen, starten wir natürlich mit den heutigen Handelsideen und den Nachrichten für den heutigen Tage. Und damit beginnen wir auch gleich. Das heißt, Nachrichten können Märkte bewegen. Die großen Nachrichten für diese Handelswoche sind durch. Es ist Freitag, es ist nicht mehr wirklich viel entsprechend hier auf der Agenda. Aber wie immer, freitags ist es Zeit, dass die COT-Daten kommen. Das heißt, diejenigen von Ihnen, die davon schon mal was gehört haben, was die COT-Daten sind, Commitment of Traders, die werden jede Woche Freitag auch hier veröffentlicht. Um 21.30 Uhr gibt es die entsprechenden Daten hier. Wen das interessiert, bitte direkt auch hineinschauen, damit Sie sehen, was die Commercials oder die Spekulents oder diese Händlergruppen, die zum Melden ihrer Positionen verpflichtet sind, auch getan haben. Gut, dann geht es direkt einfach in die Charts hinein. Und was gibt es heute in der Vorbereitung? Ich habe es im Blog geschrieben. Es geht einmal um den Index Eurostoxx50. Wir sprechen über ein wieder mal etwas exotisches Währungspaar. Und zwar in diesem Mal ist es der US-Dollar, türkische Lira. Die türkische Lira hatten wir ja in dieser Woche auch schon einmal in einem unserer Webinare. Und dann geht es mal wieder um den Bitcoin in Korrelation zum US-Dollar. Also Bitcoin, US-Dollar habe ich für Sie vorbereitet. Was war gestern los an den Märkten bzw. hier noch ein Rückblick auf vorgestern? Ich hatte das im Chat bzw. im Blog auch geschrieben. Die Chart-Technik hat uns hier am Mittwoch in vielen Charts in den Indizes sogenannte Doji-Kerzen hinterlassen. Das ist per se erstmal eine Situation, wo die Markthernehmer ein bisschen auf Unentschlossenheit reagiert haben. Das heißt, es ging nicht wirklich so richtig vorwärts. Die Kurse haben sich am Tage kaum bewegt. Und dann ist am Donnerstag, dem kam da besonderer Bedeutung zu, bei einigen dieser Märkte doch die Bestätigung gekommen. Und die Märkte sind dann auch ein Stück weit gefallen. Das heißt, das übergeordnete Bild ist weiterhin in Ordnung. Aber der Markt ist hier momentan etwas zurückgekommen. Hat leicht korrigiert. Das waren die Dinge, die angestanden haben. Die Rohstoffpreise haben momentan eine sehr, sehr starke Auswirkung auf die Aktienmärkte. Warum? Weil diese Rohstoffpreise, wenn sie weiterhin stark steigen, den Druck auf die Inflation stark erhöhen können. Und da wissen Sie ja, wer da auf die Uhr kommt. Schauen Sie mal, in den USA, wenn die Inflation zu weit ansteigt, was machen dann die Währungshüter richtig? Die werden dazu gezwungen, in irgendeiner Art und Weise die Zinsen doch vielleicht schneller anzuheben, als das normalerweise geplant ist. Das könnte wiederum schwierig werden für die Aktienmärkte, weil es dann Anlagegruppen gibt, die mit weniger Risiko eine deutlich gute Rendite erwirtschaften können. Das führt dann dazu, dass Gelder aus den Aktienmärkten in die Zinsmärkte fließen. Und da kann es dann zurücksetzen am Aktienmarkt kommen. Mit Blick auf die US-Staatsanleihen, auf die zehnjährigen US-Anleihen, da sind wir mittlerweile schon wieder bei knapp 3% angekommen. Ich glaube, aktuell, ich sehe es gerade, 2,9% haben wir da im aktuellen Bereich. Das heißt, das ist ungefähr der Stand, den wir vor diesem starken Zinsrückgang ab dem Jahr 2013 hatten. Das heißt, hier sind wir in diesem Bereich auch wieder angekommen. Also hier werden wir sehen, was hier die Rohstoffpreise machen. Aktuell sind sie, wie schon gesagt, ein kleines Stück zurückgekommen. Wir werden sehen, wo es hingeht. Der starke Ölpreis ist halt auch auf Grundlage von starker Nachfrage auch in den Bereich gestiegen, wo sie jetzt auch sind. Also hier, es hängt alles schön miteinander zusammen. Wir können hier Korrelationen sehen und natürlich darauf auch Erwartungen für unsere Trades aufbauen. Dann schauen wir doch einfach mal direkt in den Chart hinein. Ich öffne für Sie den Tickmel-Terminal hier an dieser Stelle und wir gehen dann an dieser Stelle in diesem Bereich auch direkt einmal rein in den ersten Chart. Und zwar wählen wir hier mal aus den Eurostoxx50. Den ziehe ich hier einfach rein. Wir beginnen wie immer im Tageschart hinein. Auch warten Sie, ich will das in das andere Fenster reinbringen. Da können wir direkt auf die entsprechenden Werte, die ich im Blog auch geschrieben habe, drauf zurückgreifen. Also, was war hier gestern los? Sie sehen hier im Chart die Situation, was der Index gemacht hat. Wir haben hier unten der Start einer sehr, sehr schönen, starken Aufwärtsbewegung auch gehabt. Die hat auch leicht getrendet. Das konnte man auch sehr schön sehen. Also, wir sind schön oben reingelaufen. Der Markt ist hier unten von diesem Tief Ende März bei 3260 Punkten wirklich sehr schön nach oben gestiegen hat. Vom Prinzip her diesen Abwärtstrend hier rausgenommen aus dem Markt und tendiert aktuell hier oben in diesem Widerstandsbereich um die knapp 3500 Punkte. So, und da kam es gestern dazu, wir sehen das hier an dieser roten Kerze, dass wir eine Kerze hatten, die vom Prinzip her mit ihrem Hoch über dem Hoch der Vortageskerze und dem Tief, quasi unter dem Tief der Vortageskerze hier entsprechend auch gewesen ist. Und das ist vom Prinzip her eine Kerze, die sich als Kerzenmuster, es gibt jetzt so diverse Kerzenmuster und dieses nennt man Bearish Engulfing Pattern. Das heißt jetzt erstmal nur, dass der Markt dieses Muster ausgebildet hat. Das bedeutet nicht, dass der Markt jetzt bärisch wird und massiv stark fällt. Aber wir sind hier in diesem Preisbereich drinnen, in diesem Widerstandsbereich hier oben und da kann natürlich beides passieren. Entweder der Markt findet seine Stärke, dann läuft er hier oben drüber und Sie sehen, das Potenzial nach oben hin ist schon sehr, sehr weit in diesem Bereich. Wird allerdings dieses Signal, was wir hier haben, bestätigt, das heißt die Kurse fallen tiefer nach unten, dann haben wir durchaus auch die Möglichkeit einer Korrektur hier im Markt kurzfristiger Natur, mittelfristiger Natur, das wissen wir nicht, aber die Wahrscheinlichkeit besteht bei Bestätigung dieses Signals und dann liegen die nächsten Anlaufpunkte hier in diesem Bereich. Wenn wir da mal in die untergeordnete Zeiteinheit blicken, beispielsweise hier auch in die Stunde hinein, da sehen wir halt, dass der Markt hier schon deutlich angefangen hat in der Stunde nach unten zu tendieren. Jetzt sind wir hier im Handelsstart auch ein Stück weit nach oben gelaufen, kommen jetzt wieder runter. Das heißt, wenn sich das Ganze hier fortsetzen sollte, dann sind wir hier natürlich in der Situation, dass der Markt nach unten tendiert und dann haben wir hier mit Blick in den Chart zurück halt Levels, in die wir reinlaufen können. Das heißt, erst einmal hier unten ganz klar, das ist dieses Tief von gestern, da muss der Markt erstmal drunter, dort würde dann sozusagen die Bestätigung dieses Kursmusters an dieser Stelle auch beginnen und weitere Bereiche mit Widerständen bzw. Unterstützungen, die Widerstände liegen ja auf der Oberseite, mit Unterstützung finden sich dann hier in diesem Bereich erstmal aus dem Chart herausgezogen, um die, hier haben wir es drinnen, um die knapp 3440 hier unten und dann weiter, ich versuche mal den Chart noch etwas kleiner zu scrollen, über die entsprechenden Tiefpunkte, der Aufwärtsbewegung hier bei 3430 und dann hier unten ein Stück weit tiefer noch kurzfristig bei 3400 und um die 10 Punkte. Das sind die Anlaufmarken, die hier durchaus im Markt realisierbar sind, wenn der Markt die Schwäche zeigt. Wenn es wieder nach oben geht, dann können wir auch sagen, gut, wenn wir hier diesen kleinen untergeordneten Abwärtstrend sehen, wenn der Markt massiv hier oben drüber läuft, ist der erstmal gebrochen, dann gibt es die Aufwärtsdynamik, das wäre dann wieder etwas stärker. Wir werden sehen, was der Markt hier macht. In diesen Widerstandsbereichen sind ja in der Regel auch immer beide Möglichkeiten erhalten zum Trade. Wichtig ist, dass Sie entsprechend Ihres Zeithorizonts solche Ideen betrachten und quasi Ihren Plan formulieren, wie Sie es machen möchten. Klassische Trendhändler beispielsweise, die den Tagesschat traden, die bleiben jetzt natürlich erstmal hier etwas still. Diejenigen, die kurzfristig traden möchten, die können solche Ideen nutzen, solche Widerstandsbereiche, um hier in die entsprechenden Richtungen zu laufen, wo der Markt entsprechend auch hin will. Gut, an dieser Stelle so viel zum Eurostoxx 50. Dann, wie besprochen, ein etwas exotisches Währungspaar und zwar der US-Dollar-Türkische Lira. Ich ziehe es auch direkt in den Tagesschat hinein. Denn hier haben wir den Tagesschat der türkischen Lira. Sie sehen, worum es mir hier geht. Wir haben hier schön eine trendige Bewegung nach oben gehabt. Wunderbar. Der Markt hat hier tief korrigiert. Das heißt, wenn wir uns die Fibonacci-Levels einmal reinlegen. Ich habe die hier für mich ein wenig angepasst, weil für mich die Marken im Handel bei 50, 75 und 85 sehr, sehr wichtig sind. Solche Umkehrmuster funktionieren recht häufig besonders gut, wenn die Korrektur tief gelaufen ist. Das heißt, deutlich über 50 Prozent. Und schauen Sie, wir hatten hier wieder ein Signal, ein Umkehrsignal in diesem Bereich hier. Die Tageskerze von gestern. Das ist ein Umkehrmuster, ein Reversal-Pattern. Und wenn dieses Muster entsprechend bestätigt wird, dann hat der Markt durchaus das Potenzial, wenn sich dieser Trend auch fortsetzt. Und wir wissen ja, Trends setzen sich häufig eher fort, als dass sie zusammenbrechen. Schauen Sie, dann hat der Markt von hier unten einfach das Potenzial, bis hier oben hin zu laufen. Wieder zum alten Hoch bei 4,19 war hier oben der Preis für das US-Dollar-Türkische Lira-Währungspaar. Dann haben wir hier noch Widerstände bei knapp 4,16 und 4,11 in diesem Bereich. Also Sie sehen, es ist einiges nach oben an dieser Stelle auch geboten. Und wir können hier, wenn wir mal in die Stunde hineinschauen, auch sehen, der Markt trendiert hier sehr schön hoch. Das ist die Umkehr. Momentan hier eine etwas Seitwärts-Range im Markt. Wie schon gesagt, wenn der Markt das Signal von gestern bestätigt, dann sind hier die Chancen relativ gut, dass wir nach oben laufen. Jetzt wäre es hier an dieser Stelle halt auch wichtig, dass wir im Chart diesen Widerstandsbereich, den wir hier haben, rausnehmen. Und wenn der rausgenommen ist, dann haben wir gute Karten nach oben mitzulaufen. Diesen Widerstandsbereich können wir uns auch noch mal in einer etwas kleineren Zeiteinheit anschauen. Sehen Sie hier die 15 Minuten. Da ist der Markt runtergelaufen, kurz zurückgesetzt, wieder runtergelaufen, kurz zurückgesetzt, wieder runtergelaufen. Also hier sind mal so die Trendbewegungen in den 15 Minuten, also in einer noch weiter untergeordneten Zeiteinheit, dass man die großen Kerzen in der Stunde mal ein bisschen einsortieren kann. Und das waren halt so Bereiche, da hat der Markt mal kurz etwas gezögert. Und in einem solchen Bereich befindet sich der Markt hier momentan auch wieder. Also hier, wenn die Stärke wieder in den Markt kommt, das wäre dann die Bestätigung dieses Signals auf der Tagesbasis. Und das ist ja das, was wir Händler brauchen. Wir brauchen die Bestätigung unserer Signale. Und damit ist diese Handelsidee auch geboren. Und wenn der Markt die spielt, wie schon gesagt, dann sind die Potenziale nach oben hier an dieser Stelle, wie ich sie entsprechend auch besprochen habe. Das ist also sehr gut möglich. Wer übrigens im Fibonacci diese Zahlen hier auch anpassen möchte, Sie können da ganz einfach, wenn Sie die Fibonacci Retracements hineinlegen, ich mache das beispielsweise mal für Sie. Ich nehme jetzt mal das Fibonacci Level, ziehe einfach mal hier etwas hinein in den Markt und dann können Sie vom Prinzip her, wenn Sie hier die Eigenschaften anklicken, haben Sie die Möglichkeit, im Fenster hier die entsprechenden Punkte auch miteinander zu bearbeiten. Das heißt, die Linien, die Sie eingezeichnet haben möchten, da können Sie Linien hinzufügen oder löschen. Ich lege jetzt mal vom Prinzip her etwas dazu, wo ich sage hinzufügen und da möchte ich die 1,5, 1,5, das heißt eine Linie, die nach oben projiziert wird, die nach oben aufgebaut wird, um ein gewisses Potenzial auch noch herauszulegen. Dann mache ich diese Linie hier mal grün und dann werden wir sehen, hopps, jetzt sind sie alle grün, dass der Markt vom Prinzip her hier diese Zusatzlinien auch reingenommen hat. Jetzt habe ich sie wirklich alle grün gemacht. Das war jetzt gar nicht mein Anliegen, aber Sie sehen, die Linien sind dann hier unten dazu gekommen. Also diese Linie hier nach unten ist dazu gekommen, das war die 150% Linie und das ist eine Möglichkeit, wie Sie diesen Indikator relativ gut auch anpassen können an Ihre eigenen Bedürfnisse. Also hier können Sie sehr, sehr schön mit der Technik entsprechend auch spielen, mit diesen entsprechenden Marken schön an das anpassen, was Sie für Ihr Trading entsprechend auch brauchen. und da können Sie zum Beispiel mit einem solchen Indikator halt auch Bewegungen ausrechnen, wenn Sie sagen, ab der Mitte beispielsweise nach oben hin, das oben drauf nachzusetzen, dass das ein Long-Ziel beispielsweise wird oder in dem Bereich eines Shorts, dass das ein Short-Ziel wird. Diese Dinge können Sie anpassen. Da können Sie die Technik nutzen, damit Sie dann entsprechend Ihre Trades auch im Markt platzieren können. Das heißt, Sie können dann einfach sagen, okay, wir haben jetzt hier oben einen Bereich, in den wollen wir reinlaufen. Hier kommen mal die Zielorte rein, hier unten gehen Sie Long entsprechend, Sie sichern sich an den Marken ab und haben damit die einfache Arbeit, sich hier die Stops, Ziele und Entries ganz leicht im Markt anzeigen zu lassen und entsprechend dann auch in Ihr Trading mit dem Metatrader umzusetzen. Gut, soviel also dazu, wenn der Markt das Ganze nach oben spielt. Er hat natürlich auch noch etwas Platz nach unten, das heißt, nicht jedes Signal wird immer auch gleich bestätigt in seiner Entstehung. Das heißt, wenn der Markt noch weiter nach unten korrigiert, dieses Aufwärtsmuster, was wir hier im Chart sehen, das kann durchaus noch etwas tiefer korrigieren. Das heißt, der Markt kann ja bis hier unten runter laufen, ohne diesen Aufwärtstrend auch zu beschädigen. Heißt vom Prinzip her, wenn es doch weiter nach unten geht, haben wir hier noch ein paar Unterstützungslevel an den Kerzentiefs dieser Vortageskerzen hier bei 3,99, 3,98, 3,96, 8 und hier unten bei 3,94, 5,4, 7 stehen jetzt hier im Chart, bevor wir hier unten in diesem Level sind. Also hier ist die Korrekturmöglichkeit nach unten da, aber momentan schaut so aus, als wenn der Markt tatsächlich seine Stärke finden wird und nach oben läuft. Also hier soweit zum Währungspaar US-Dollar, türkische Lira. Und damit kommen wir zum dritten Markt, den ich vorbereitet habe. Das wäre einmal wieder der Bitcoin-Thema Kryptowährungen. Und hier haben wir eine Situation im Chart, die auch wieder recht spannend ist. Was ist hier an dieser Situation spannend? Wir hatten ja den Bitcoin schon sehr, sehr häufig hier besprochen, auch Ziele auf der Unterseite gefunden zum Trading, die großteils rausgenommen worden sind. Und jetzt sehen wir hier den Bitcoin in einem Markt, der schwankt hier irgendwo zwischen den 11.860 Punkten auf der Oberseite und wir sehen es hier unten in diesem Bereich um die 6.000, hier hatten wir das Tief hier unten in diesem Bereich, um die 6.200 Dollar hin und her. Also keine klare Richtung. Deshalb macht es hier Sinn, auch mal auf das untergeordnete Bild auch zu schauen. Und da sehen wir hier sehr schön vom letzten Oberberührungspunkt dieser Linie zum Unterberührungspunkt dieser Linie hat sich ein Abwärtstrend entwickelt, der hier momentan vom Markt einfach rausgenommen wurde. Hier hat sich eine Aufwärtstendenz auch entwickelt. Und jetzt läuft der Markt hier seit ein paar Tagen in einer Art Korrektur zwischen diesen beiden Linien hin und her. Und an dieser Stelle können jetzt selbstverständlich zwei Szenarien im Markt auftreten. Das ist zum einen, dass der Markt Stärke beweist. Das heißt hier, dieser Swing nach oben setzt sich fort. Das heißt, wir hatten ja hier entsprechend die Bewegung. Dann hatten wir eine Korrektur. War nicht wirklich tief, aber es ist eine Korrektur. Die lief auch über einige Tage. Und jetzt findet der Markt quasi die Stärke nach oben. Wenn er das läuft, dann macht er hier natürlich die Fortsetzung dieser vorherigen Kursbewegungen nach oben. In diesem Falle stehen die nächsten Widerstände, also die Punkte, die der Markt anlaufen kann, um hier knapp 8.700 und ein paar Hände 30 beziehungsweise dann hier oben in diesem Bereich um die 9.000 Dollar, bevor es dann auch noch ein Stück weit höher gehen kann. Sie sehen hier entsprechend noch Tageskerzenhochs, die auch relativ nah dran liegen. Also wenn hier Dynamik kommt in den Markt hinein, dann kann es auch relativ fix gehen, dass der Markt hier schön nach oben läuft in diesem Bereich. Allerdings nimmt der Markt diesen Bereich hier oben als zu starken Widerstand entgegen. Dann kann es natürlich auch passieren, dass er wieder nach unten läuft und dann hier diese starke Vorbewegung etwas korrigiert. Das sehen wir auch sehr schön mit Blick in den Stundenchart, was da vom Prinzip her aktuell los ist. Das, was Sie jetzt hier sehen, diese schwarzen Linien, das sind die Linien aus dem Tageschart, die ich eingezeichnet habe. Und wir sehen hier vom Prinzip, hier war die Korrektur trendförmig nach unten gerichtet. Dann ist dieser Trend hier, dieser Stundentrend, rausgenommen worden. Der Markt, der tendiert hier Stück für Stück nach oben hin, in diesen Widerstandsbereich hinein. Und hier selbstverständlich, wenn es zu einer Fortsetzung kommt, ganz klar, dann setzt sich dieser Aufwärtstrend hier Stück für Stück auch weiter fort, nach oben hin. Da können wir dann schön in diese Bereiche hier oben hineinlaufen. Das wäre dann diese grüne Linie, die ich eingezeichnet habe. Sollte es allerdings zur Schwäche kommen, dann wird vom Prinzip her das passieren, dass der Markt hier diesen Aufwärtstrend bricht und entsprechend dann einen Abwärtstrend bildet, der in der Stunde ersichtlich ist. Das wäre dann das Szenario, wenn der Markt Stück für Stück nach unten läuft. Wie schon gesagt, auf der Unterseite, in diesem kleinen kurzen Bild, in dieser Seitwärtsrange, ist die Unterseite da. Die muss dann entsprechend durchbrochen werden. Und dann läuft der Markt vom Prinzip her hier durch und kann den Weg nach unten auch wieder einschlagen. Also hier an dieser Stelle ein Scheideweg, an dem der Markt entscheiden muss, in welche Richtung es denn heute entsprechend auch gehen soll. oder im weiteren Handelsverlauf an dieser Stelle. Das heißt hier die dritte Handelsidee, Bitcoin, US-Dollar für den heutigen Tag, auch auf der Urfokus hinauf. Und dann wird man sehen, was hier entsprechend am Markt für Sie auch gespielt werden kann. Zum Thema Handelsideen. Wir hatten diese Woche das Währungspaar britischer Pfund, US-Dollar besprochen. Den hole ich Ihnen auch gleich nochmal rein. Das Cable, eine wichtige Währung hier in diesem Bereich. Und wir hatten im Cable, ich ziehe es mal in den oberen Chart, da hatte ich das bearbeitet für Sie. Da können wir nochmal direkt auf die Daten zurückgreifen. Das ist immer schön, wenn sowas im Chart erhalten bleibt. Wir hatten hier die Situation, dass der Markt hier sehr weit nach oben gelaufen ist. Sie sehen diese starke Bewegung in diesem Aufwärtstrend, den wir hier haben. Der ist tief korrigiert worden, hier unten in dieses Level hinein. Und danach stark angestiegen, bis in diesen Bereich hier oben um das letzte Hoch, was wir im Markt hier oben hatten. Das war der Bereich um die 1,43,471. Und an dieser Stelle hat der Markt dann hier diese rote Umkehrkerze hinterlassen. Und das im Bereich dieser Verortung ist immer eine sehr interessante Situation. Warum ist das interessant? Der Markt hat hier in der Bewegung, die sehr stark gelaufen ist, halt einen weiten, weiten Preisfortschritt ohne irgendwelche Korrekturen gemacht. Das heißt, es gab hier kaum Verkäufe. Jetzt sind wir plötzlich in diesen Bereich hier oben reingelaufen und haben gesehen, jetzt wird es dem Markt momentan etwas zu heikel. Das war das erste Achtungszeichen. Das muss nichts bedeuten. Es kann auch sein, dass der Markt dann so wie hier beispielsweise einfach weiterläuft. Es kann aber auch passieren, dass diese Signale bestätigt werden und der Markt nach unten fällt. Das hatten wir auch in der Handelsvorbereitung gemacht. Vom 17. Hier oben diese Kerze, das war der 17. Da hatten wir darüber gesprochen, was dann passieren kann. Und das ist der Punkt. Wir schauen uns das Ganze mal im größeren Bild auch an. Hier diese Felder hatte ich vom Prinzip aus dem Stundenchart auch herausgezogen, wenn das Ganze bestätigt wird. Und da schauen wir jetzt einfach mal in den Stundenchart auch entsprechend mit hinein, um mal zu sehen, wie so ein Signal dann auch von der Bestätigung ausschaut. Schauen Sie hier, das war der 17. entsprechend, was wir hier eingezeichnet hatten. Und die Idee war vom Prinzip her, wenn die Kurse weiter fallen, kommt Dynamik in den Markt hinein. Und genau so ist es dann entsprechend auch gewesen. Wir haben in der Vorbereitung auch entsprechende Kursziele gehabt. Wie wir jetzt sehen, sind die auch bei weitem überschritten worden. Hier dieser starke Rutsch nach unten hat hier quasi alles rausgenommen, was hier an kurzfristigen Zielen im Markt auch nach unten hin gewesen ist. Und schauen Sie, er läuft schön tief nach unten wieder in Richtung dieses alten Bereiches, den wir hier unten schon mal besprochen hatten, in dem Markt. Das heißt, das ist ein Verhalten, was jetzt kein schlechtes Bild für den Tagesschart sein muss. Es ist halt nur ein normales Verhalten, was der Markt hat. Er kann vom Prinzip her innerhalb dieses Trendbereiches halt bis hier unten hin wieder korrigieren, ohne diesen Trend kaputt zu machen. Und wir haben halt häufig die Situationen, dass der Markt erst mal so einen Bereich hier anläuft. Und wenn dann die Bewegung zu stark schon gelaufen, kommt es erst mal zur Korrektur. Das heißt, damit ist das Handelssignal entsprechend getriggert worden. Die Ziele sind angelaufen worden. Und wir haben gesehen, dadurch, dass der Rest hier auch so nah aneinander lag, das heißt, diese Tiefs nach unten hin so nah aneinander lagen, da kommt halt Kursdynamik rein, da werden Stoppmarken gerissen. Und das führt dann zu so starken Abwärtsdynamiken, wie wir das jetzt hier gesehen haben. Bleibt jetzt spannend abzuwarten, was passiert in dieser tiefen Korrektur. Wir sind jetzt hier in einer Korrekturtiefe von, wir zeigen es uns gleich mal an, wir sind jetzt hier in einer Korrekturtiefe von gut 80% dieser vorhergehenden Bewegung. Also sehr, sehr spannend, wenn es hier zu Umkehrsignalen wieder kommen sollte, dann haben wir nach oben hin sehr schön Dynamikmöglichkeiten. Das ist dann auch sehr, sehr schön. Das heißt, hier sehen Sie mal wieder, wie gut es ist, wenn wir einfach als Händler abwarten, bis Signale entstehen, diese bestätigt werden, und dann das Ganze entsprechend auch traden. Also hier einmal die Auswertung der Handelsidee vom britischen Pfund US-Dollar. Gut, so viel dazu. Dann schauen wir doch einfach mal auf die Nachrichtenlage für die nächste Woche. Da stehen am Montag Nachrichten in Deutschland und den USA an, die eine sehr, sehr starke Relevanz an den Märkten haben. Das heißt, wir bekommen am Montag um halb 10 Uhr morgens den europäischen, in der EU den deutschen Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Das hat wichtige Aussagekraft entsprechend für die Wirtschaftsentwicklung auch in Deutschland. Dann folgt um 16 Uhr in den USA die Verkäufe bestehender Häuser. Auch hier wichtig für die US-Wirtschaft. Am Dienstag gibt es den IFO-Geschäftsklimaindex. Also es geht nächste Woche auch einiges um die Wirtschaft in Deutschland. Und für die USA haben wir dann am Dienstag um 16 Uhr das Thema Verbrauchervertrauen und dann noch einmal das Thema Verkäufe neuer Häuser. Das wird in den USA immer auch etwas voneinander getrennt. Am Mittwoch, wie jede Woche, das Thema rohe Lagerbestände. Also der Ölmarkt bleibt weiterhin im Fokus. Und am Donnerstag gibt es Nachrichten seitens der EZB. Das Thema Zinsentscheid steht hier auf der Uhr. In den USA gibt es dann auch noch die Auftragseingänge für langlebige Güter. Und am Freitag haben wir dann noch das Thema Arbeitslosigkeit in Deutschland auf der Uhr. Und in den USA um 14.30 Uhr das Bruttoinlandsprodukt, wie sich das Ganze hier entwickelt wird. Also diese Punkte für die nächste Woche bitte unbedingt merken. Auch die Zeiten gut aufschreiben. Wir sprechen ja in den täglichen Webinaren hier auch immer über die Tagesvorbereitung. Aber wenn Sie solche Sachen auch am Wochenende schon mal vorbereiten wollen und auch sehen wollen, ob es vielleicht eine Erwartung in den Märkten gibt, wo der Markt jetzt steigt oder fällt, von der Sie profitieren können oder wo Sie Gewinne mitnehmen möchten. Das sind einfach Dinge, die können Sie natürlich dann durch diese Terminplanung auch sehr schön schon am Wochenende vorbereiten, um in der nächsten Woche dann im Endeffekt die Ideen zu spielen, wenn der Markt diese Ideen dann auch zum Leben erweckt. Also hier die Planung für die kommende Woche und damit würde ich ganz gerne wieder zurück in den Metatrader gehen und wir werden einfach mal die Indizes miteinander besprechen. Ich fange mal an mit einem der Lieblingsindizes der deutschen Händler und zwar mit dem DAX. Den haben wir direkt vor der Tür. Da kennen wir uns aus. Wir wissen, was hier gehauen und gestochen wird. Wie sieht es aus? Ich hatte im Laufe der Woche schon mal gesagt, die Situation, die charttechnische Situation hat sich hier deutlich aufgehellt. Warum hat sich das Ganze deutlich aufgehellt? Ich zeige Ihnen das ganz einfach einmal. Ich lege mal die Durchschnitte rein, die gleitenden Durchschnitte. Ich lege mal den SMA 20 in den Markt. Ich lege mal den SMA 50 und den 200er in den Markt. Das heißt, der SMA 50 wird dann blau. Und dann noch den SMA 200. Der SMA 200 ist ja gerade für die langfristigen Investoren sehr, sehr wichtig. Auch für viele Fonds spielt er eine große Rolle. Und aus diesem Grund lege ich den hier einfach mit in den Markt, damit wir sehen, was hier passiert. Und was schon einmal sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass hier der deutsche Markt, hier der Index, wieder über dem 20er und dem 50er gleitenden Durchschnitt liegt. Und was auch sehr spannend zu sehen ist, dass diese Indizes, äh, entschuldigen Sie bitte, dass diese Indikatoren langsam wieder anfangen, nach oben zu trennen. Dann sehen Sie, der 20er hat schon nach oben gedreht. Der 50er beginnt so langsam. Und der Markt nähert sich auch der 200er-Tage-Linie. Das ist immer ein teilweise, oder nicht immer, aber manchmal ein teilweise umkämpfter Bereich, diese 200er. Das sehen wir hier auch so richtig. Will der Markt da nicht oben drüber? Aber es ist schon mal ein gutes Zeichen, dass erst mal die kurzfristigen Indizes wieder überschritten wurden und diese auch langsam beginnen, ihre Richtung zu ändern. Und dann für diejenigen von Ihnen, die auch sehr, sehr gerne auf die technische Situation schauen, wenn wir uns das Bild mal anschauen hier, wir haben in diesem Bereich hier den Abwärtstrend gebrochen. Wir hatten ja hier die letzte Bewegung nach unten, die vorletzte in diesem Fall. Dann hatten wir die letzte Korrektur in diesem Bereich hier rein. Und dann hatten wir noch mal die finale Bewegung mit einem leicht tieferen Tief. Und Sie sehen, das Ganze ist jetzt rausgenommen worden vom Markt. Der Markt hat hier angefangen, auch leicht nach oben zu trenden. Das heißt, hier in den kleinen Zeiteinheiten sieht man auch, in der Stunde, wie sich hier ein schöner Aufwärtstrend entwickelt hat. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz in der Stunde hier. Das ist entsprechend der Markt, wie er hier schön nach oben gelaufen ist. Also schön innerhalb eines Aufwärtstrends, im kleinen Bereich korrigiert er jetzt ein bisschen unter. Das ist auch logisch, dass wir hier da in der Stunde etwas abwärts gerichtete Märkte sehen. Und das bringt uns jetzt dazu zu sagen, okay, was passiert denn jetzt hier? Das heißt, im DAX wäre es jetzt beispielsweise möglich, dass der Markt hier diese starke Bewegung, die wir hier haben, etwas korrigiert. Das heißt, hier abwärtstrendig markiert, um dann wieder rumzudrehen, um die Vordynamik wieder aufzunehmen. Das wäre ein Bild, was in diese Aufhellung auch passen würde. Das ist also ein Bild, was wir als Händler im positiven Sinne auch sehr, sehr gern sehen wollen. Das heißt, wenn technisch bedingte Händler hier auf die Trends auch schauen, dieses kleine untergeordnete Bild, der Markt, wenn dieser beispielsweise, dieser letzte Trend-Move nach oben, wir zeichnen das gleich am besten mal in der Stunde noch mit ein, da mache ich den Chart mal noch etwas kleiner. Schauen Sie, das war jetzt hier in diesem Bereich die letzte Korrektur im Stunden-Chart. Das mache ich mal für Sie in einer anderen Farbe, dass wir das dann auch nachher schön mit sehen können im Chart an sich. So, und dann gab es diese Aufwärtsbewegung nochmal dahin, hier oben bis zum Hoch. Und jetzt korrigiert der Markt hier etwas. Und der Markt kann vom Prinzip her ja bis auf diesen Bereich hier unten hin korrigieren. Das heißt, was wir sehen wollen, wenn die Stärke in den Markt zurückkommt, und das wäre wirklich ein schönes Zeichen von Stärke, dass der Markt diesen letzten Korrekturpunkt hier im Stunden-Chart nicht unterschreitet. Das heißt, mit Blick in den Tages-Chart haben wir hier die Situation, dass der Markt doch ohne weiteres hier in diesen Bereich hinein korrigieren kann. Und dann sollte er auch wieder nach oben rumdrehen. Das heißt, da sollte sich dann in der Stunde wieder untergeordnet ein Aufwärtstrend bilden. Also hier sehen wir ja auch sehr schön das Zusammenspiel der unterschiedlichen Trends innerhalb einer Zeiteinheit. Das heißt, hier wäre es dann schön, wenn der Markt wieder nach oben trendiert. Das wäre dann das Szenario, dass der Markt positiv bleibt und hier die schöne Dynamik mitnimmt und danach auch über die 200er-Tage-Linie wieder drüber laufen würden. Also Sie sehen momentan das Bild im DAX schön aufgehellt. Schauen wir auf den US-Markt. Da nehmen wir uns einfach mal den S&P 500. Das Bild ist hier ähnlich. Positiv zu sehen. Das heißt, hier schauen wir mal. Hier sind noch einige Zeichnungen vom letzten Mal auch drinnen. Ich lösche mal an dieser Stelle gleich noch ein paar Linien raus, damit wir etwas aufgeräumteren Schad haben hier in diesem Bereich. So, jetzt ist das weg. Also einfach einen Doppelklick auf die Linien machen und dann können Sie Einzellinien einfach auch mit löschen. So, wir haben jetzt hier im Bereich des S&P 500 die Situation, dass auch hier diese Dynamik nach unten rausgenommen wird. Hier hat sich ein untergeordneter Aufwärtstrend auch gebildet. Also momentan trendiert der Markt hier schön nach oben hinein. Hat auch hier in einem Widerstandsbereich etwas Halt gemacht. In diesem Szenario sehen wir das gleiche Bild quasi, wie wir das gerade im DAX auch gesehen haben. Nur, dass die kürzeren gleitenden Durchschnitte der 20er und der 50er am US-Markt doch deutlich stärker unterwegs gewesen sind wie im deutschen Markt. Weil hier sind beide schon auch über dem oder noch immer noch über dem 200er gleitenden Durchschnitt. Heißt jetzt hier, was hier wünschenswert wäre auch, dass wir hier ganz normal eine Korrektur sehen, um dann weiter nach oben zu laufen. Also auch hier im S&P 500 das Bild sehr, sehr positiv. Wir korrigieren momentan ein bisschen, das ist normal. Hier spielt vielleicht auch ein bisschen so die Angst mit, dass die stark steigenden Rohstoffpreise vom Prinzip her die Inflation doch stärker anheizen könnte. Was der Markt jetzt hier einpreist, könnten dann vielleicht eine Zinserhöhung mehr sein in diesem Jahr. Das weiß ich nicht genau, welche Gründe da sind. Das spielt auch für die Betrachtung des Charts jetzt aktuell keine große Rolle. Wir wissen aber aus der Nachrichtenlage, dass die Weltwirtschaft weiterhin stark wächst. Also hier das Bild weiterhin auch sehr positiv ist und das wird sich dann möglicherweise auch positiv an den Märkten fortsetzen, sodass wir hier möglicherweise auch hier eine klassische Korrektur sehen. Mit Blick in den Stundenchart ist das Ganze auch schön deutlich hier in diesem Bereich. Also Sie sehen, wie schön der Markt hier vom Prinzip auch nach oben gelaufen ist. Für diejenigen, die mit Trendkanälen arbeiten, wir können hier auch schöne Trendkanäle zeichnen. Wir sind momentan an der unteren Linie dieses Trendkanals auch angekommen. Also es bleibt hier spannend, was passiert in diesem Bereich. Der Markt kann hier also durchaus auch mal kurz brechen und dann wieder zurück zu laufen. Aber wenn wir die Stärke hier sehen, der Markt ist ja auch schon immer mal drunter gelaufen. Wenn man das mal ganz etwas in eine andere Richtung noch zieht, man ist ja immer etwas variabel hier in diesem Bereich. Da ist der Markt hier kurz drunter gestoßen, wie wir das hier in diesen beiden Bereichen auch schon mal gehabt haben, um dann wieder rüber zu drehen. Das sind Dinge, die können hier passieren. Wenn der Markt hier weiter nach unten läuft, dann ist der Ausbruch aus diesem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal erstmal wirklich da. Der Markt trendiert ja etwas nach unten, würde dann bedeuten, dass wir auf Tagesbasis etwas mehr Korrektur erwarten könnten in diesem Bereich. Aber das ist auch kein großes Problem, weil wenn wir uns mal anschauen, wohin der Markt hier gelaufen ist. Wir hatten ja hier untergeordnet, ich zeichne das untergeordnete Bild einfach mal ganz kurz ein. Was wir hier haben, entschuldigen Sie, ich habe jetzt ein Fenster im anderen Fenster geöffnet. So, also hier nehme ich diese Linie einfach nochmal raus und wir schauen mal, wir stehen nämlich hier in einer sehr weiten Bewegung und diese weite Bewegung, die kann durchaus auch vernünftig korrigieren hier in diesem Bereich. Dann nehmen wir auch nochmal die Fibonacci-Levels noch kurz raus, messen mal diese Bewegung aus und wir sehen hier die Bereiche der 50% Korrektur sind hier um die 2650 Punkte zu erwarten. Er kann auch tiefer korrigieren, also hier ist alles in Ordnung, das Bild auch weiterhin deutlich, positiv, deutlich aufgehellt. Die Märkte laufen nach oben, die Wirtschaft brummt, also hier ist wieder ein ganz, ganz anderes Fahrwasser, als wir das nach vor ein paar Wochen an dieser Stelle natürlich auch gesehen haben. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal noch auf den technologielastigen Index in den USA. Die USA wird ja sehr viel auch durch technische Unternehmen geführt, das heißt hier einmal Einblick in den Tageschart des Nasdaqs. So, jetzt mache ich mal kurz ein klein wenig kleiner und hier sehen Sie auch das gleiche Bild wie in den anderen Indizes. Der Markt steht deutlich über dem 200er gleitenden Durchschnitt. Er steht auch entsprechend über dem 50er und jetzt hier oben ist er am 20er am Arbeiten, aber das ist jetzt alles halb so wild. Die Dynamik ist nach oben gerichtet, also hier auch alles spannend. Wir sehen jetzt hier nach dieser starken Aufwärtsbewegung eine leichte, hier nach unten gerichtete, entsprechende Korrektur. Das ist ein Muster, das sehen wir gerade bei den technologielastigen Werten immer wieder. Was wir haben, so eine flache Abwärtstrendkanäle, die können auch relativ steif nach unten laufen und hier genau das gleiche Bild. Es ist positiv ausgerichtet. Wir haben hier auch wie bei den anderen Indizes in einem Bereich gedreht, hier in einem Widerstandsbereich, wo der Markt auch im Vorfeld immer mal ein wenig hin und her getänzelt hat. Das passiert jetzt hier entsprechend natürlich auch und an dieser Stelle hier nach unten momentan die Korrektur der starken Aufwärtsbewegung, die wir hier gehabt haben. Das kann ohne weiteres auch noch ein Stück tiefer gehen, ohne das positive Gesamtbild entsprechend auch aus aktueller Sicht, auch aus aktueller Nachrichtenlage negativ zu beeinflussen. Mit Blick in den Stundenchart hinein sehen wir das Ganze hier auch etwas genauer. Das heißt hier schauen wir, das ist der Abwärtstrendkanal, den wir hier momentan leicht im Markt auch sehen. Das heißt wir haben hier auch einen Markt, der hier gerade auch jetzt einen leichten Abwärtstrend entsprechend gebildet hat. Aber Sie sehen die starke Bewegung nach oben auch. Es ist eine Korrektur auf Tagesbasis. Aus diesem Grund läuft der Markt hier unten und das ist ganz normal, dass wir in der Stunde einen Abwärtstrend auch sehen. Von der Seite her ist es auch immer spannend zu sehen, was der Markt an entsprechenden Linien auch immer gemacht hat. Und das Bild fasst sich hier ins Ganze. Aber im Großen gesehen, wir haben hier deutlich bessere Chancen, dass die Märkte wieder ansteigen als noch vor ein paar Wochen. Und aus dieser Sicht hier auch positive Signale. Die Ampel steht hier wieder auf grün. Und das ist genau das Feld, was ja auch vielen immer am meisten Spaß macht, wenn sich die Wirtschaft und die Indizes nach oben entwickelt. Weil wir da einfach leichtere Dynamik nach oben leichter traden können. Und Sie sehen ja, was hier auch passieren kann. Sie haben hier in den starken Aufwärtsdynamiken beispielsweise auch in den Korrektonen immer wieder Umkehrkerzen, die uns Stärke zeigen. Also hier alles im grünen Bereich momentan auch im Nasdaq 100. Gut, an dieser Stelle sind die Indizes soweit auch besprochen. Ich schaue mal im Chat. Fragen gibt es hier momentan keine an dieser Stelle. Von der Seite her möchte ich dann mal direkt zum Thema Know-how gehen. Und da sprechen wir einmal über ein Handelsszenario bzw. über eine Arbeit mit den Charts, wo sie mit der Zusammenarbeit vom EMA 20, das ist ein gleitender Durchschnitt, der exponentiell gewichtete, gleitende Durchschnitt, wo wir hier mit dem 20er auf starke Bewegungen reagieren können. Das heißt, wir haben ja in den Charts häufig die Situation, dass der Markt stark in eine Richtung läuft und wir diesen Move quasi verpasst haben. Aber wir haben immer wieder die Möglichkeiten, von Rücksetzern zu profitieren. Und in diesem Know-how-Teil für heute möchte ich Ihnen mal eine technische Möglichkeit vorstellen, wie Sie Rücksetzer auf den EMA 20 im kurzfristigen Handel nutzen können, um vom Prinzip her in Trendrichtung aus einer Korrektur heraus auch einzusteigen. Hier ist es dann so, dass die Berührungskerze, also die Kerze, die den EMA 20 berührt, ist entsprechend der Signaltrigger. Der Stopp wird hier dann entsprechend am tiefsten Punkt in den Markt gelegt, wenn der Markt aufwärts gerichtet ist oder am höchsten Punkt gelegt, wenn der Markt abwärts gerichtet ist. Wir sehen das gleiche auch im Chart und das Ziel ist hier, wenn wir einen Aufwärtstrend haben, aus der Korrektur heraus das letzte Hoch im Markt, im Abwärtstrend selbstverständlich das letzte Tief und ein zweites Ziel, wenn möglich, im Chartverlauf heraussuchen. Und da ist es natürlich wichtig, wir brauchen im Vorfeld eine starke Bewegung. Wir hatten ja die letzten Tage immer mal auch wieder auf das Thema im Öl gesprochen und hier hatten wir ja häufig auch sehr, sehr starke Bewegungen in den Märkten. Und da sehen Sie jetzt hier einmal verdeutlicht in diesem Chart, das ist ein 5-Minuten-Chart vom WTI, wie dieses Signal vom Prinzip her auch getradet werden kann. Wichtig ist, dieses Signal ist aus meiner Sicht her gut dafür geeignet, wenn man nicht vom System handeln lässt, das heißt, wenn Sie als diskretionärer Händler selbst entscheiden, was gemacht wird. Das heißt, hier in diesen Punkten habe ich einmal ein paar Kerzen für Sie markiert, wo wir gute Aufwärtstrends sehen können. Schauen Sie mal hier das erste Beispiel. Wir hatten hier eine sehr, sehr starke Aufwärtsdynamik im Markt gehabt, hier sehr schön nach oben gelaufen. Und dann kam es vom Prinzip her dazu, dass der Markt entsprechend hier korrigiert hat. So, jetzt hatten wir hier eine Kerze, die wurde leicht nach oben getriggert. Der Stopp gehört, wie schon gesagt, immer unten hin. Das heißt, ein Trade dieses Signals wäre hier an dieser Stelle auch ein Fehltrade gewesen. Der Punkt, warum ich diesen Trade hier gar nicht eingezeichnet habe und der auch nicht in meinem Portfolio aufgetreten ist, ist einfach der, dass wir als diskretionäre Händler natürlich auch immer gewisse Entscheidungsgrundlagen fällen können. Das heißt, auch hier Entscheidungsgrundlagen in Bezug auf, lohnt sich denn ein Trade aus Chance-Risiko-Gesichtspunkt. Und wenn ich zum Beispiel diese Kerze hier sehe, diese rote Kerze an diesem Punkt, dann weiß ich halt, okay, die Strategie sagt mir, geh über dem Hoch der Kerze rein, sichere dich am Tief ab. Erstes Ziel ist das letzte Hoch. So, jetzt sehen wir mal, wir wären hier an dieser Stelle reingegangen, hätten bis hierhin das erste Ziel gehabt, aber hier unten die Absicherung. Da können wir als Händler schon sehen, es ist viel zu weit im Risiko. Die Chance ist viel zu klein, ein viel zu schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis. Also hier nichts. Jetzt gab es eine viel bessere Situation. Es gab nämlich eine Folgekerze. Jetzt haben wir hier schon ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Das war jetzt in diesem Fall nämlich schon bei 1 zu 1 für den ersten Trade. Und das ist schon mal ein deutlich besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Und dann haben wir mit Blick auf den zweiten Teil der Strategie, die zweite Gewinnmitnahme sozusagen, im Chartverlauf hier oben noch Punkte liegen, wo der Markt deutlicher reinlaufen kann. Das heißt hier in diesem Falle hier das Level für den zweiten Punkt hier oben im Markt auch ersichtlich. Das heißt hier rein, wenn diese Kerze überschritten wird, Stopp hier unten hin. Erstes Ziel und das zweite Ziel hier oben in diesem Bereich in den Markt hinein zu legen. So, das ist eine Möglichkeit gewesen hier in diesem Chart. Eine weitere Möglichkeit haben wir entsprechend hier gehabt. Hier gab es noch einige Kerzen davor. Aber auch hier ist für mich zum einen die Relevanz einfach nicht da gewesen. Weil die Schwankungsbreite zu groß gewesen ist dieser Kerzen, das wäre viel zu teuer gewesen, sich hier abzusichern. Das heißt, das passt nicht in mein Risikomanagement. Aus diesem Grund fällt sowas weg. Aber wir sind ja geduldig. Hier kommt im Folgenden natürlich die nächste Möglichkeit. Wir hatten wieder schön dynamische Aufwärtsbewegungen hier in diesem Bereich. Dann kam es zu einer Korrektur. Und Sie sehen hier diese Kerze. Diese erste Kerze hat das Ganze miteinander berührt. So, dann haben wir hier oben erstmal den Mindestanlaufbereich von dem Target 1. Und hier oben haben wir das Target 2 im Chart zu ersichtlich. Das kann man also sehr, sehr schön vorausplanen. So, dann haben wir hier gesehen, der Markt läuft hier nach oben drüber hinaus. Das heißt, wir haben hier unten unser entsprechendes Stopp-Level. Das heißt, hier haben wir auch wieder ein Chance-Risiko-Verhältnis erstmal von mindestens 1 zu 1 für die erste Gewinnmitnahme. Und dann hier oben für die zweite Teil Gewinnmitnahme entsprechend einen deutlich weiteren Wert. Also hier aus Chance-Risiko-Gesichtspunkten ein gutes Bild. Das war die Trigger-Kerze. Hier wurde diese Trigger-Kerze überschritten. Und damit hatten wir den Stopp-Level hier unten. Ziel Nummer 1. Ziel Nummer 2 ist hier in den Märkten ohne weiteres auch ersichtlich. Also das auch zu ganz normalen Handelszeiten. Was da natürlich hier auch Sinn macht. Hier sehen Sie im folgenden Verlauf halt noch ein paar andere Möglichkeiten, wo man durchaus hätte davon profitieren können. Das ist jetzt für mich hier nicht relevant gewesen, weil es einfach nachts gewesen ist. Da sitze ich nicht am PC. Da gehe ich anderen Dingen nach. Von der Seite her sind diese Signale hier irrelevant gewesen. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie Sie das für sich persönlich auch im Meta-Trader einrichten können. Wichtig ist hier, wenn Sie so etwas machen, Sie brauchen halt Charts, die dynamisch stark in eine Richtung laufen. Das heißt, da können Sie ruhig den Stundenchart beispielsweise oder auch den Tagesschart nehmen und schauen, wo ordentlich Bewegungen drinnen sind. Und dann ansprechend diesen Markt auch mal in den kleinen Zeiteinheiten auch mit anschauen. Und jetzt gehen wir mal hier in den WTI rein. Den habe ich Ihnen schon mal in den 5 Minuten hier vorbereitet, wo Sie diese Handelssignale auch drinnen sehen. Und da ist alles reingelegt worden. Das heißt, hier dieser Chart. Jetzt mache ich mal einen sauberen Chart. Das heißt, ich nehme hier vom Prinzip her diesen Chart einfach mal weg. Und wir machen mal vom WTI einen neuen Chart auf. Neues Chartfenster. So, damit das schön aussieht, auch weiß. Damit wir das schön sehen können, können wir hier direkt auch Vorlagen. Also Sie können sich hier Vorlagen auch erstellen, mit denen Sie arbeiten können. Und dann schauen wir uns das Ganze hier einfach einmal im Chart auch an. Was muss rein? Es muss auf alle Fälle rein der EMA20. Diesen EMA20 finden Sie unter den benutzerdefinierten Indikatoren an dieser Stelle. Und da müssen wir auf die, ich muss jetzt nochmal schnell raussuchen, die gleitenden Durchschnitte. Hier Custom Moving Averages einfach anpassen. Und dann nehmen Sie sich dieses Feld und können hier entsprechend die Farbe wählen, die Sie auswählen wollen. Das ist kein Problem. Sie können sagen, hier die Periode, hier kommt der 20er Durchschnitt rein. Und hier bei der Methode können Sie entsprechend auswählen für den exponentiellen Durchschnitt. Das Ganze mit OK bestätigen. Und schon sind Sie hier in der Lage, sich den EMA20 im Markt auch anzeigen zu lassen. Und dann vom Prinzip her, wenn Sie starke Dynamiken auch haben, dann natürlich hier entsprechend die Situationen suchen, wie wir sie gehabt haben. Das heißt hier starke Anstiege nach oben. Wir haben jetzt hier in den letzten Tagen auf der Oberseite nicht wirklich viel gehabt. Aber wir hatten hier beispielsweise starke Dynamik nach unten gehabt. Hier hatten wir den Rücklauf beispielsweise. Hier war die erste Kerze. Und damit hatten wir hier auch Ziele im Markt mitliegen. Und wichtig ist halt, das muss auch zu guten Handelszeiten sein. Das muss zu Ihnen passen. Das haben wir momentan nicht. Aber wir sehen hier aus aktueller Sicht, schauen Sie mal, was hier passiert ist. Der Markt ist hier runtergelaufen. Das funktioniert sogar im Stundenchart, wie Sie sehen können. Läuft hier ran. Hier ist die Bestätigung. Und dann können wir hier nach unten durchlaufen. Das sind Möglichkeiten, die Sie haben, beispielsweise im Stundenchart, wenn Sie sich das Ganze in den kleineren Zeiteinheiten noch anschauen wollen. Da wird das natürlich auch sehr, sehr interessant. Und das natürlich auch zu normalen Handelszeiten am Markt. Also Sie sehen hier, wer direkt am Rechner sitzt und das Ganze entsprechend auch beobachten möchte, hat immer wieder Möglichkeiten, entsprechende Einstiegsmöglichkeiten zu finden. Wir brauchen dazu halt einfach nur Dynamik an den Märkten. Dynamik ist hier das Zauberwort. Wir brauchen wirklich schöne, starke Bewegung, Rücksetzer und dann wieder Einsetzung dieser Stärke in die Vortrendrichtung hinein. Und das sind genau die Signale, die sich dann entsprechend hier natürlich auch lohnen. An dieser Stelle bin ich mit den heutigen Themen für Sie soweit durch. Ich freue mich darüber, dass Sie sich an diesem Freitag die Zeit genommen haben, hier live dabei zu sein. Und natürlich all diejenigen, die sich das Ganze in der Aufzeichnung anschauen, wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie ruhig die Möglichkeit, diese Fragen hier zu stellen. Ich gehe gerne auch in den nächsten Webinar dann entsprechend auf Fragen ein. Nun wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Wenn Sie mögen, geben Sie dem Ganzen ein Like, abonnieren Sie den YouTube-Kanal oder die Facebook-Seite von Tickmill. An dieser Stelle allen ein schönes Wochenende. Und bis Montag, circa 8 Uhr, gibt es dann wieder den Blog-Eintrag auf der Seite von Tickmill, beziehungsweise direkt auch auf Facebook. Und dann um 9 Uhr wieder die Besprechung der nächsten Handelsideen. An dieser Stelle ein tolles Wochenende. Bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche. Ihr Mike Seidel